Ich habe mich natürlich, bevor ich heute hierher zu Ihnen kam, über die Leistungen und Probleme dieser Filiale, ich darf jetzt wohl sagen, unserer Filiale, darüber habe ich mich natürlich informiert. Ich weiß deshalb, dies hier ist eine gute Filiale. Das weiß man auch an höherer Stelle. Darauf können Sie, darauf können wir stolz sein. Aber, und da befinde ich mich ganz sicher in Übereinstimmung mit Ihnen allen, wir müssen, das heißt, wir wollen doch die beste Filiale werden. Nein, nicht wahr? Dass jeder Einzelne von Ihnen sein Bestes getan hat und auch weiterhin tun wird, das steht selbstverständlich außer Zweifel. Dennoch glaube ich, sollten wir, wir alle zusammen, uns gemeinsam überlegen, ob denn auch wirklich alles aufs Beste organisiert ist. Das heißt, aufs Rationellste. Sehen Sie, und das wird unsere erste und wichtigste Aufgabe sein. So. Und jetzt will ich nicht länger Reden vor Ihnen halten. Alles Weitere wird sich ja im Laufe unserer Arbeitspraxis ergeben. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Die Herren Abteilungsleiter und Inspektoren, bitte ich noch einen Moment zu bleiben. Die sind in den Hof geschlagen, weißt du, der neue. Na ja, ich spekuliere auf dem Posten im Vorstandwilten. Weitlich. Dazu werden wir angeheizt. Gästefiliale und so, damit er oben glänzen kann. Herr Rhein? Herr Dr. Sauerwein wollte mich sprechen. Augenblick, er telefoniert gerade. Setzen Sie sich doch. Danke. Ah, da sind Sie ja. Bitte. Bitte. Man sieht Ihnen direkt an, was Sie denken. Was will der bloß von mir gleich in den ersten Tagen? Doch um gleich in Medias Res zu gehen, sicher wissen Sie, worum es geht. Nicht wahr? Ja. Ich sprach neulich davon, dass wir uns gemeinsam überlegen müssen, wo wir eventuell rationeller arbeiten könnten. Nicht wahr? Nun, wie Sie selbst am besten wissen, wurde Ihre Abteilung schon vor geraumer Zeit auf das Solarit-System umgestellt. Ja, etwa vor einem Jahr. Eben. Nun, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Bach. Es geht um niemand persönlich. Natürlich. Man hat es damals bloß versäumt, daraus auch personalmäßig Konsequenzen, oder sagen wir besser, auch personalmäßig daraufhin die Kontenabteilung umzustrukturieren. Nicht wahr? Sie verstehen, was ich meine? Sie meinen, dass... Das ist dennoch bei der alten Aufteilung und Vertreter- und Kundenkonten zwischen Ihnen und Herrn Grabowski geblieben ist. Dies ist übrigens die einzige Filiale, wo man das nach der Umstellung nicht zusammengelegt hat. Selbst weitaus größere mit umfangreicheren Konten haben das längst getan. Nicht wahr? Zigarre? Nein, danke. Ich weiß, ich hätte es Ihnen sanfter und vielleicht auch etwas später sagen können, aber das ist nicht meine Art. Ich bin für klare Verhältnisse von Anfang an. Das ist doch in Ihrem Interesse. Nicht wahr? Natürlich, selbstverständlich. Eben. Nun, eine sachgerechte Entscheidung darüber, ob Sie oder Herr Grabowski die zusammengelegte Abteilung übernehmen, kann natürlich jetzt noch nicht gefällt werden. Ich kenne Sie beide einfach noch zu wenig. Übrigens, die neue Stelle wird auch finanziell etwas angehoben. Zwei bis dreihundert Mark ungefähr. Weiß Herr Grabowski schon? Nein, noch nicht. Aber bald. Tja, Herr Bach, das war's für heute. Wir müssen das alles natürlich noch mal ausführlich besprechen. Entschuldigen Sie noch eine Frage, Herr Doktor? Ja. Derjenige, für den Sie sich nicht entscheiden. Es wird sich schon was finden. Es war ja nur eine Frage, Herr Doktor. Ich habe nämlich erst vor kurzem gebaut. Mein Junge ist auf einer Internatsschule. Noch ist ja nichts entschieden, Herr Bach. Hehehe. Hehehe. Erich war's für heute. Sehr geehrte. Guten Abend. Guten Abend. Und was kostet der? Na, ganze 17.000. Zu schwach? Ja. Gehst? Danke, danke. Also ohne die Extras, wir raden uns so. Wenn ich an die alte, mickrige Kiste denke, alles so eng und unbequem. Schrecklich. Schöner Brot. Schöner Brot. Schöner Brot. Toller Wagen. Alles was recht ist. Naja, vielleicht tut sich bei mir auch bald was. Was denn? Hast du ein Lotto gewonnen? Man hat mir einen höheren Posten angeboten. Und du hast dich also selbstständig gemacht. Tja, meinst du denn, sonst hätte man uns das alles leisten können? Ja und? Wie läuft's? Das war natürlich ein Risiko, aber ich hab Glück gehabt. Gleich am Anfang ein paar dicke Brocken. Papa hat natürlich ein bisschen Nacht geholfen. Der gute alte Papa. Die beiden sind ja ein Herz und eine Seele. Also ich kann euch sagen, leicht war's nicht. Aber ich hab's geschafft. Ich muss schon Aufträge ablehnen. Es wird erst mal richtig Urlaub gemacht. Ich hab's verdient. Und mein Schätzchen auch, was? Ja, dann ja auf euren Erfolg. Und auf euren. Alter Spötter. Wieso ein Spötter? Oh, jetzt hab ich was falsch gemacht. Wieso? Nee, 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 nee. Ich sag nichts mehr. Ich bin ja kein Spielverderber. Spiel? Was wird denn hier gespielt? Na, dann lass dich mal überraschen. Na sag schon. Hat doch noch Zeit. Ist hier richtig spannend. So was Stures. Dann sag's dir doch schon. Ist doch noch gar nicht hundertprozentig. Warum hängt er nur von dir, ob du's an ums oder nicht? Was, Beförderung? Ja, so was ähnliches. Vielleicht. Wie viel mehr ist es denn? Ist doch gar nichts offiziell. Na, ist doch ganz klar. Wem Grabowski. Dieser Doktor Sauerwein muss mindestens zwei bis drei Wochen warten. Pro forma. Und wenn er Grabowski nimmt? Was ich denke, hat... Naja, offiziell ist doch gar nichts. Offiziell, offiziell. Sei nicht immer so unsicher. Du bist dreimal so lange in der Firma wie Grabowski. Ist doch ganz klar, dass man da den mit der größeren Erfahrung nimmt. Also, wie viel mehr ist es denn nun? Zwei bis dreihundert. Naja, wenigstens was. Bei unseren Schulden. Architekt müsste man sein. Du und Architekt. Kannst du mal eine Stunde blau machen? Ja, natürlich, aber... Ich mach sowas nicht gern. Na, einmal. Ach, bleibt doch noch ein bisschen. Das geht nicht. Er hat vor kurzem erst einen neuen Chef gekriegt. Ich möchte nicht gleich am Anfang rum auffallen. Also, Wiedersehen. Wiederschauen, Sophie. Danke. Schönen Urlaub. Danke schön, danke. Tschüss. Schreib mal eine Karte, ja? Ja, wir schreiben. Schreiben mal eine Karte. Wiedersehen. Und wenn das Haus steht, kommt dann mal ein paar Tage zu uns, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Na, endlich. Bitte nach Ihnen. Danke. In Betrieb ist das heute? Kommen Sie mal, es ist gerade noch einer frei. Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte, Herr Doktor. Ja. Danke. Jedeine, Herr Doktor. Nein. Hahaha. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Können Sie nachfragen, wenn Sie es nicht glauben. Bei der Polizei. Wir haben heute viel zu tun. Bitte kommen Sie in den Block. Diese Vorversicherung ist aber auf dem Antrag nicht... Schreibvogel? Nein, Herr Doktor. Ist gut, Herr Doktor. Ich schicke ihn zu Ihnen runter. Schreibvogel. Na ja, so lala. Ich suche Herrn Grabowski. Ist der vielleicht bei euch? Ja, der soll zum Chef kommen. Danke. Wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Jawohl. Was wollte er denn? Tut sich was. Wieso? Wird sich einiges ändern, Herr. Hier bei uns? Andermal. Und ein Schreibvogel? Ja. Ja. Der vierte, dann ist er ja zu gut. Ich bin's. Na ja, wie es einem Dienstag so geht. Freitag wäre mir lieber. Moment mal. Verzeih. Ich bin wieder da. Ach nee. Warum? Hä? Ach so. Na, ich weiß nicht. Na, ich hätt's nicht getan. Ja. 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 Gott, weißt du, das ist so eine Sache. Na ich. Das ist gut. Erlauben Sie mal. Führen Sie bitte Ihre Privatgespräche nach Feierabend. Das war kein Privatgespr... Von dem letzten Brief ein Durchschlag an Dr. Sauerwein. Moment, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Der Herr Direktor lässt bitten. Guten Tag, Herr Herr. Ja, da. Guten Tag. Ja. Sie möchten bitte heute Nachmittag nochmal kommen. Jetzt hat der Abteilungsleiter Sitzung. War Frau Dein Schreifvogel vorhin hier? Ja, die war vorhin hier. Wann soll ich dann am besten nochmal wiederkommen? So zwischen zwei und halb drei. Ich hab's gesagt, Herr Schreifvogel vorhin dabei. Okay. Vielen Dank. Das ist klar. Das ist ja. Ja. Die war vorhin. Die war vorhin. Weißt du, als Sie stellen, wie du hast, denn alle vorhin? Ja. Das ist ja. Ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja. Die war vorhin. Ja. roller��. Die war vorhin. Die war vorhin. Das ist ja. Sie hat das nicht logisch. Ja. Die war vorhin. Mahlzeit? Mahlzeit. Sie waren beim Chef? Ich schlucke ja vieles, Herr Bach, aber das war zu viel. Was hat er denn gesagt? Er hat mir recht gegeben. Und über mich? Ich habe mit der Malerwein gesprochen, das darf ich doch wohl noch. Was hat er denn über mich gesagt? Das ging aber schnell. Ich schlucke ja vieles, ich schlucke ja vieles, ich schlucke ja vieles. Können Sie mir sagen, wo man hier in der Nähe gut und preiswert essen kann? Hier gleich um die Ecke, da kriegen die ein verbilligtes Stammessen. Ich gehe da immer hin. Kann man das essen? Ein feudales Essen ist das natürlich nicht, aber... Werde ich morgen mal hingehen. Ach, ich sehe da gerade einen Durchschlag von mir. Den da, der ist gerade gekommen. Kann ich mir schnell nochmal durchlesen? Ja, natürlich. Setzen Sie sich doch. Danke. Warum hat sie dem bloß runtergegeben? Das war doch gar nicht nötig. Diese jungen Dinger. Ja, die kosten einen Nerven, das kann ich Ihnen sagen. Aber dann auch hinten rum zum Chef laufen. Ach, darum war sie heute Morgen hier. Worum ging's denn? Hat der Chef irgendwas über mich gesagt? Zu mir nicht. Jetzt denkt er wahrscheinlich, Gott weiß was von mir. Warum ging's denn? Die Dame fühlte sich beleidigt. Fühlt stundenlang Privatgespräche. Und der Chef? Sie hat ihm weiß gemacht, das sei keins gewesen. Ja. Also ich bin der Letzte, der das Betriebsklima kaputt macht. Also ich bestimmt. Aber zum Schluss bleibt immer alles irgendwie an mir hängen. Ich kenne das. Vorzimmer Dr. Sauerwein Heinlein. Moment, bitte. Ein Herr Schumann möchte Sie sprechen? Ja, auf eins. Ich nehme den Durchschlag dann wieder mit. Wiedersehen. Wiedersehen. Wann geht man denn am besten hin? Wohin? Zum Essen. Oder ist da nicht voll? Also ich gehe immer so um zwölf. Sie können ja mitkommen, wenn Sie wollen. Wenn Sie mich mitnehmen. Können Sie bitte mal eben zu mir reinkommen? Dann fühlen Sie mir das Mädchen nicht. Da haben Sie ja den Durchschlag. Wieder ist was denn mit? Nein, nein. Wegen heute Morgen. Das mit dem Telefonieren. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ach so. Unser Betriebsklima war da bisher. Ich meine, Sie können sich doch sonst nicht über mich beklagen. Hab ich ja auch gar nicht. Haben wir es wieder vertragen? An mir liegt es nicht. Das weiß ich. Ja, ich muss für Herrn Grabowski noch was schreiben. Was ist das? Herr Grabowski noch nicht. ρ Okay. Ich hab mich mal nach Sitzgarnituren umgesehen. Man kann diese alten Dinger nicht mehr sehen. Man geniert sich ja, wenn jemand kommt. Mir sind die gut genug. Aber mir nicht. In ein neues Haus gehören neue Möbel. Du hast ja bald befördert. Ach du mit deiner Sitzgarnitur! Wenn, dann würdest du davon Stefans Internat bezahlen! Und zwar von uns alleine! Ohne Zuschuss von deinem Vater! Nammt! Abend. Feierabend. Na, ob's Regen gibt? Kaum. Hatten Besuch? Ja, die Schwester meiner Frau mit ihrem Mann. Wir fahren in Urlaub. Der verdient gut, wa? Warum? Wegen dem Wagen. Architekten. Ach, dann. Und sonst? Geht so nicht. Kommen Sie doch mal rüber auf den Sprung. Mit Ihrer Frau. Na, mal sehen. Also. Na. Auch ein Glas? Nein. Willst du auch ein Glas Bier? Nein, danke. Fischer hat uns eingeladen. Wir sollen doch abends mal vorbeikommen. Kann diese Leute nicht leiden. Er ist doch ganz nett. Ja, sei doch mal still. Da steht was drin über Papa. Du, der ist Ehrenvorsitzender vom Kunstverein geworden. Muss ich gleich mal anrufen. Quatsch. Dann... Moment mal. Irgendwie ist mir das gar nicht recht, das mit dem Zusammenlegen. Was ist das für ein Zusammenlegen? Meine und Grabowskis Stelle. Ach so. Wieso? Ist doch nur mehr Arbeit. Das wäre eine ganz andere Position. Hast mehr Verantwortung, stehst weiter oben und verdienst mehr. Ja schon, aber ich bin kein Karrieremacher. Kannst du nicht Jahr für Jahr auf der gleichen Stelle kleben bleiben? Ist doch Stumpfsinn. Hast du selber oft genug gesagt? Ist ja nicht mehr der Jüngste. 45 ist doch kein Alter. Na also, wenn du es jetzt nicht schaffst. Morgen. 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 Bitte. Na? Schon aktiv? Was ist dagegen? Ich will doch gar nichts. Darf ich? Was halten Sie denn so von unserem neuen Chef? Hm? Was soll ich von ihm halten, tüchtiger Mann? Wirklich. Oder meinen Sie nicht? Doch, doch. Sagen Sie mal, hat er mit Ihnen auch schon über... Haben Sie schon mal mit ihm geredet? Worüber? Über Veränderungen. Und so. Na? Nein. Nein. Warum fragen Sie? Nur so. Tja, dann wollen wir mal wieder. Hat er denn mit ihm... Ach, Quatsch. Ja, warum soll er denn mit mir? Er soll gar nichts. War wirklich nur eine Frage von mir. Und? Ihm hat er nichts gesagt. Wieso? Wahrscheinlich will er ihm nicht erstmal große Hoffnung machen. Aber ihr kennt ihn doch noch gar nicht. Er wird sich eben sagen, wenn einer über zehn Jahre auf so einem Posten bleibt, dann kann mit dem nicht viel los sein. Herr Bach? Ja? Wir sollen die Abrechnung, Korrespondenz und so vom letzten Jahr runter geben. Zu wem? Zu Dr. Sauerwein. Ach du Scheiße. Na, dann gehen Sie es halt runter. Auch von Grabowski? Ja. Fräulein Schreivogel? Ja? Kommen Sie mal. Was wird er denn damit? Weiß ich auch nicht genau. Fräulein Heinlein hat vorhin angehoben. Fräulein Heinlein? Ach, gehen Sie mal noch nicht runter, ja. Ja. Bach, guten Morgen, Fräulein Heinlein. Wie geht's? Haben Sie schon etwas eingelebt bei uns? Ich wollte Sie nur noch mal an unsere Verabredung heute Mittag erinnern. Zum Essen. Nicht, dass Sie mich versetzen. Ach so, ja, da ich Sie gerade an der Strippe habe. Die Abrechnung, Brief und so weiter, die wir runter geben sollen. Müssen Sie sofort... Mhm. Ja, natürlich. Das macht er wohl in allen Abteilungen. Nur die bei uns. Na ja, also dann bis nachher. Wiederhören von den Heinlein. Von den Schreivogeln. Von den Schreivogeln. Von den Schreivogeln. Ja. Die können jetzt runter. Sind das alle? Von den Schreivogeln. Von den Schreivogeln. Lass mal, ich mach das schon. Ich halte ihn. Von den Schreivogeln. Sie sind schon längerer Zeit bei Dr. Sauerwein? Einige Jährchen. Na, dann kennen Sie ihn ja in- und auswendig. Ich denke schon. Hat er eigentlich Kinder? Zwei Mädchen. Ganz süß. Besuchen die ihn denn manchmal im Büro? Nein, ich bin ab und an bei Sauerweins zu Hause. Ach so. Ich passe auch schon mal auf die Kleinen auf. Die Sauerweins gehen sehr oft ins Theater. Der Doktor ist ein großer Opernfreund. Ah ja. Haben Sie Kinder? Mhm, einen Jungen. Wie alt ist er denn? Sechzehn. Schwieriges Alter. Er ist im Internat. Ah ja? Ja. Meine Frau und mein Schwiegervater wollten das unbedingt. Ich hätte ihn ja auch auf ein normales Gymnasium gegeben. In so einem Internat werden Sie ganz schön ran genommen. Das schon. Dafür ist es aber auch nicht gerade billig, ne? Das glaube ich. Sie kommen gut mit Dr. Sauerwein aus? Er ist ein guter Chef. Ich komme jedenfalls gut mit ihm aus. Man kann mit ihm über alles reden. Nur Privatmeef. So sagt er immer. Privatmeef im Büro und Schlutrigkeit. Das kann er nicht leiden. Privatmeef? Na ja, Liebschaften zum Beispiel und sowas. Ich habe mal erlebt, wie er deswegen jemanden abgeschoben hat. Ich will meine Person geben völlig recht. Was meinen Sie? Ach, sowas hat im Büro auch nichts zu suchen. Das wirkt sich unweigerlich auf die Arbeit aus. Eben. Unser Doktor. Wo? Da kommt er gerade. Er kommt sicher vom Schwimmen. Vom Schwimmen? Ja, das ist so sein Sport. Fast jeden Mittag geht er ins Hallenbad. Wegen der Figur. Danke. Danke. Wir möchten Sie deshalb geringend ersuchen. Nein, nicht ersuchen. Wir möchten Sie deshalb bitten. Das bei Grabowski. Ist der denn nicht da? Nein. Schreivogelapparat Grabowski? Nein, der hat im Augenblick eine Besprechung, ich glaube, mit der Bank. Soll ich ihm was ausrichten? Ja, werde ich ihm sagen, Herr Doktor. Bitte hören. Der Chef? Ja. Also weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Wir möchten Sie deshalb bitten. Bitten. Uns umgehend. Einen neuen, korrekt ausgefüllten Antrag. Zuzusenden. Punkt aus mit freundlichen Grüßen. Ich bin wieder da. Herr Grabowski. Ihr? Gerade hat der Chef angerufen. Oh, seine Majestät höchstpersönlich. Er hat Ihre Akten durch. Und ist damit sehr zufrieden. Tatsächlich? Hm. Das hört man gern. Sei bedankt, mein Kind. Der hat einen Blick für Qualität. Das muss man ihm lassen. Nein. 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 Was ich Sie noch fragen wollte von Herrn Heinlein. Wen glauben Sie wir daneben? Mich oder Grabowski? Bitte? Wir wissen Sie davon nichts. Wovon? Meine und Grabowski Stelle. Es soll doch zusammengelegt werden. Hat er Ihnen das gesagt? Ja, am Montag. Ach ja. Grabowski war ja auch mal bei ihm drin. Was glauben Sie, wen er nimmt? Er wird sich erst einen Eindruck verschaffen. Grabowski ist jünger. Deswegen hat er sich um Ihre und Grabowskis Sachen kommen lassen. Und von den anderen nicht. Grabowski ist ein cleverer Bursche. Große Schnauze. Aber das ist doch heute gefragt, nicht Erfahrung. Den, den kann ich nicht an. Ach, diese ganzen jungen Leute, den rennt man doch heutzutage hinterher. Und unsere eins? Mit 50 wird man am liebsten abgeschoben. Der Brief. Fräulein Schreibvogel? Ja? Kommen Sie mal. Hier, lesen Sie den Satz nochmal durch. Wo? Hier nach dem Komma. Sodass wir uns leider gezwungen sind. Na? Sodass wir uns leider gezwungen sind. Das haben Sie aber gesagt. Ich kann Sie nochmal einen Block sagen. Das weiß ich. Das meine ich auch nicht. Was denn? Sodass wird in einem Wort geschrieben. In einem Wort? Das ist mir neu. Muss ich mal nachdenken. Sie können es mir ruhig glauben. Moment. Hier. Du darfst immer getrennt. Es kann raus. Ich hol mir schnell was zum Naschen. Was bringen Sie denn da weg? Die hätten Sie vergessen runterzugeben. Sind das meine? Der Schatz hat ja noch gefragt. Mahlzeit. 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 War das einer von uns? Hm. Ich bin jetzt 45. Jetzt nochmal irgendwo anders anfangen? Falls ich überhaupt eine vernünftige Stelle kriege, nicht? Dann sind wir ja gleich alt. Ich hätte Sie aber jünger geschätzt. Ja, ja. Nein, im Ernst. Höchstens 40 hätte ich gedacht. Jetzt sagen Sie bloß, Sie sind auch noch Wassermann. 6. Januar. Aber beinahe. Ich bin nämlich Wassermann. 6. Februar. Ja. Schön ruhig hier, nicht? Höchste Zeit, dass wir endlich mal eine vernünftige Chefsekretärin bekommen haben. Immer diese jungen Dinger. Ihre Vorgängerin, das war auch so ein Käfer. Tja, Herr Bach, wir haben es nicht so einfach heutzutage. Jetzt sind eher Backfische und Halbstaate gefragt. Heute Morgen. Eigentlich durfte ich Ihnen das gar nicht sagen. Was? Heute Morgen, da kann man schreiben von der Zentrale. Da findet in zwei oder drei Wochen, glaube ich, ein Kursus statt über neue Methoden der Kontenführung. Dr. Sauerwein soll dafür den Betreffenden melden. Und? Er hat es noch nicht gemacht. Er nimmt bestimmt Grabowski. Hat die Sache mit der Schreibvogel vor drei Tagen. Ach, machen Sie sich doch wegen der Göre keine Gedanken. Ja, sagen Sie. Er hat ihr aber recht gegeben. Jetzt die Sache mit den Abrechnungen und so. Wenn er was findet. Ein paar Mal, da habe ich nämlich Fehler übersehen. Ich habe sich gleich gewerkt. Die habe ich zwar rausgenommen, aber Grabowski hat er seine Sachen schon heute Morgen zurückgegeben. Bei ihm war alles in Ordnung. Punktabsatz. Da ist er ja. Endlich. Wir dachten schon, Sie wären irgendwie davon. Entführung oder so. Man kann ja nie wissen. Wie witzig. Ihre Frau hat angerufen. Was wollte Sie denn? Eine Ausstellung oder Feierstunde oder sowas. Sie ist schon da. Sie soll nach Feierabend nachkommen. Was für eine Feier? Ja, weiß ich auch nicht genau. Sie hat was von Ihrem Vater gesagt mit Kunstverein und so. Ich habe Ihnen alles aufgeschrieben. Danke. Auf Ihrem Schreibtisch. Vornehme Verwandtschaft, was? Das war's. Spannende. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du, pass mal auf. Bis Ende nächster Woche habe ich hier noch zu tun. Ruf mich doch mal an. Pitchen wir einen zusammen. Ich wohne im Eden. Warum nicht? Gut. Also dann. Bis bald. Bis bald. Ja, sag mal, wo bleibst du? Es fängt gleich an. Ich bin hochgehalten worden. Dauert das denn schon den ganzen Nachmittag? Ach was. Papa hat vorher eine Feier gegeben. Und jetzt? Jetzt kommt der Festtag, dann wird die Ausstellung eröffnet. Macht er das? Ja, er hält die Ansprache. Vergiss nicht, ihm zu gratulieren. Ja. 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 Er hat sich eigentlich aufgehalten. Ja. Na, wer dich aufgehalten hat, hast du doch gesagt. Kreimeier. Wer? Der Kreimeier. Mit dem du damals angefangen hast? Ja, der. Schönen Gruß. Was macht denn der jetzt? Weiß ich nicht. Hab nicht gefragt. Fräulein Heinlein! Moment. Guten Morgen, Fräulein Heinlein. Kleiner Hinterlis. Morgen, dürfen Sie da. Guten Morgen. Morgen. Es ist kein Ralf. Wenn Sie da. Fläulein. Ich sage es, Sie haben sie zu schaden. Ja, ich sage es, Sie haben nichts. и in Ruhe. Geht. Morgen. Morgen. Wo ist denn die Post? Ich bring sie gleich. Ach? Ja, vordert Heinlein? Sofort. Ja, gut. Ich komme. Ich gehe mal runter zum Chef. Ich gehe mal runter zum Chef. Aus. Er hat mir hier einiges unter die Nase gehalten. Und? Ich mache mir jetzt keine Hoffnung mehr. Meinen Sie wirklich? Ist doch noch gar nichts entschieden. Mit Grabowski war er zufrieden. Heute kann ich nicht mit Ihnen essen gehen, Herr Bach. Er hat gleich noch eine Besprechung. Ich gehe mal runter zum Chef. Ich gehe mal mit nach dem Chef. Jetzt. Alles was Sie schreiben wollen, bitte in den Halter schicken. und erstmals Kartoffelkücher ohne Fleischanlage. Auf der gelben Seite für Ruhkost und Salate. Der Salat schmeckt hier nie. Da hinten ist der Rübergang! Ja? Keine Lust? Ja, ja. Danke. Ach, Herr Bach? Herr Bach? Ja? Schlechte Nachricht für Sie. Er hat Grabowski angegeben. Werde ich als Nudelvertreter? Er wird schon irgendeine Stellung für Sie haben. Als Bote? Warum nicht? Wo kann man hier eigentlich mal nett ausgehen? Sie kennen sich doch sicher aus. Sie wollen ausgehen? Ja, warum denn nicht? Ach, der Herr Bach. Wo gehen Sie denn immer hin? Na, so oft gehe ich ja auch nicht weg. Und wenn? Im Scorchclub ist ganz nett. Direkt in der Post. Würden Sie bitte mal kommen? Nachher. Hätten Sie nicht Lust mitzukommen? Ich? Ist doch nichts dabei? Ja, gut. Und wann soll ich Sie abholen? So gegen Acht. Und wo? Sie können mich an der Feierabend nach Hause bringen. Noch da? Ich fahre Sie nach Hause. Vielen Dank. Ich fahre mit Herrn Bach. Was soll denn das? Oder wollen wir uns gleich im Club treffen? Ach nein, so ist besser. Da wissen Sie auch gleich mal, wo ich wohne. Wie Sie wollen. Wir können. Ich fahre mit Herrn Bach. Ach nein. Ach aber was. Ja, ich bin's, Bach. Ach, Sie. Herr Bach, ich kann leider nicht. Mir ist nicht gut. Ich hab mich schon hingelegt. Herr Bach? Sind Sie noch da? Ja. Es hat wirklich keinen Zweck. Schönen Abend noch. Tut mir leid. Wiedersehen. Ich bin's. 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 Und. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Good morning. Good morning. Good morning, Fräulein Heinlein. Fräulein Heinlein, ich hätte mal eine große Bitte. Könnten Sie nicht kurz auf den Sprung mal zu mir raufkommen? Ich meine, könnten Sie nicht kurz auf den Sprung mal zu mir raufkommen? Ich brauche Ihr weibliches Urteil. Danke. Ich bin es und ich bin es und ich bin es, für ein Jahr. Ich bin es. Das war's für heute. Also sowas. Was haben Sie denn? Sie sind ja ganz aufgeregt. Dann trautzen die beiden. Besetzen Sie sich doch. Wissen Sie, was da draußen vor sich geht? Ich hab nur kurz angeklopft, bin gleich reingegangen. Ich hab Sie wohl überrascht. Überrascht wobei? Haben Sie denn hier etwas bemerkt? Die haben ja fast aufeinander gelegen. Oder sind die beiden verlobt? Grabowski und die Schreivogel? Nein. Grabowski ist doch verheiratet. Verheiratet? Noch gar nicht so lange. Oh, Kühle. Das sind ja nette Zustände. Zu Hause hat er eine Frau und hier im Betrieb? Das wird Dr. Sauerwein interessieren. Ach, lassen Sie ihn doch. Wenn es ihm Spaß macht. Nein, Herr Bach. Ihre Toleranz in Ehren. Was jemand abends treibt, das geht uns nichts an. Das ist seine Privatsache. Aber was hier geschieht, das geht uns wohl was an. Ich kann ein Lied davon singen. Ach, ich hab schon mal so eine Tragödie hier mitgemacht. Kommt die Frau und rollt dem Chef was vor. Kommt die hier und rollt ihn und mir was vor. Und dann gibt's Krach zwischen den beiden und dann bleibt die Arbeit liegen. Ach, ich kenn das doch. Wenn man da nicht rechtzeitig einen Riegel vorschiebt. Nein. Dr. Sauerwein muss das wissen. Aber mir ist das irgendwie peinlich. Ausgerechnet jetzt. Das sieht ja fast so aus, als ob ich da war. Na, ich hab Sie ja schließlich aufgerufen. Nein, Herr Bach. Das wird Ihnen bestimmt niemand unterstellen. Oder haben Sie die beiden etwa dazu gezwungen? Eben. Ob Sie noch draußen sind. Man hört nichts. Es wäre ja der Gipfel. Ja, dann geh ich mal wieder runter. Ach, jetzt hätten wir's fast vergessen. Sie wollten doch meinen weiblichen Rat. Ja. Nur eine Kleinigkeit. Ich hab meiner Frau hier das Wäschen gekauft. Ach, die ist aber hübsch. Ich hab mit ihm drüber gesprochen. Mit dem Doktor? Hat ihn sehr interessiert. Ach, das hätt ich heute beinahe vergessen. Ich muss unbedingt noch was erledigen. Entschuldigen Sie. Typisch, Mann. Gedächtnis wie ein Sieb. Guten Appetit, Fräulein Heinlein. Danke. Gehen wir morgen wieder zusammen essen. Ja, morgen ist Samstag. Alle Donner-Motag. Ah, morgen ist's. Tal, jetzt ricke die Arme aus. All den Spiegel. Ich kann auch keine Arme. Ja, ich bin halt. Achtung! Achtung! Mahlzeit! Guten Tag, Herr Doktor! Sie da, Herr Bach? Auch ein bisschen was für die Figur tun? Na ja. Sind Sie öfter hier? Hab Sie bisher noch gar nicht gesehen? Ich geh meistens abends. Haben Sie keinen Anzug? Da drüben. Ach, da ist sie ja. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Sagen Sie mal, der Fräulein Heinlein hat mir doch was erzählt. Der Grabowski und die, na, wie heißt der noch? Schreivogel. Ja. Wie lange geht denn das schon so? Herr Doktor, ich möchte darüber nichts sagen. Gerade jetzt. Wieso? Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Ach so. Na ja, anständig von Ihnen. Na ja, ich weiß ja auch so genug. Herr Direktor, Sie haben da neulich meine Abrechnungen gehabt. Ja, ich hab mir das alles nochmal durchgesehen. Ich... Offen zu sein, war nicht erhebend, was ich da von Ihnen gesehen habe. Aber, das sagte ich Ihnen ja. Ja, natürlich. Ich habe auch ein bisschen Pech gehabt mit diesen Vertretern. Bei den Kunden ist es leichter, Herr Doktor. Mag sein, mag sein, trotzdem Abrechnungsfehler dürfen nicht vorkommen. Ja, selbstverständlich nicht. Das wollt Ihr auch damit nicht gesagt haben. Ich will mich nicht rausreden, um Gottes Willen. Das ist mein Bereich und da bin ich absolut und ausschließlich für verantwortlich. Da muss ich für gerade stehen. Das ist doch ganz klar. Nur... Ja? Das Abrechnungssystem. Ich habe immer dafür plädiert, dass es verbessert wird. Und warum ist es nicht verbessert worden? Ich bin damit nicht durchgekommen, bei Ihrem Vorgänger. Mhm. Hätten Sie vielleicht was dagegen, wenn... Dagegen Verbesserungen habe ich nie etwas, lieber Herr Bach. Im Gegenteil. Arbeiten Sie was aus. Tragen Sie es mir vor. Dann können wir drüber reden. So, das hier sind die Räume. Und die beiden sind wir hier. Wahrscheinlich gleich irgendwo. Na, was meinen Sie? Ja, das sind beide gleich groß. Bei der Wand hier hast du neben, das ist kein Problem. Und die Tür lässt sich leicht wieder zumachen. Glaswoll und Schalte vor. Es geht. Welches wird denn frei? Auf alle Fälle bediene ich die Schadensabteilung einen größeren Raum. Mahlzeit. 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 Schönes Wochenende. Danke. Jedenfalls. Danke. Und Sie, wollen Sie hier übernachten? Ja. Ich gehe jetzt auf. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, Tospa. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Ja? Wie rechnet ihr eigentlich eure Konten ab? Naja, das ist bei uns ein bisschen anders als bei euch. Falls ihr es jetzt immer noch so macht wie damals, pass mal auf. Also, das ist nicht so. Ja, also, ich geh schlafen. Was machst du denn da eigentlich? Ich komme auch gleich. Willst du jetzt was nebenher verdienen, was? Was? Was sind die Oper? Welche? Tosca. Tompocini. Was? Sag mal, wer hat dich denn auf die Idee gebracht? Niemand. Mann, du sagst doch immer, ich bin zu einseitig. Niemand. Toph, der du steckst. Er Pelstein. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Ja, was geht's? Sie haben übrigens eine reizende Frau. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ja, sie sorgt für meine Bildung. Ihr Vater ist... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich wollte, ich hätte so einen Schwiegervater. Tja, ach so, schießen Sie los. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, Herr Doktor, unser Gespräch im Schwimmbad, wegen Verbesserungen im Abrechnungssystem. Ja. Ich habe hier, ich heißt, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier ein bisschen mehr, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier mal so ins Unreine geschrieben. Na ja, also gut, ein paar Minuten habe ich noch. Voll Highlight. Ja? Äh. So schreiben kann ich aber erst nachher. Baff hat immer noch meine Maschine. Er schreibt doch bestimmt eine Werbung. Meinst du wirklich? Klar, natürlich. Sauerwein hat ihn am Donnerstag oder Freitag gesagt. Sonnabend stehen die meisten Anonzen in der Zeitung. Heute ist Montag, da schickt er die Bewerbung raus. Irgendwie tut er mir ja leid. Aber einer muss es ja sein. Na komm, da diktiere ich dir noch ein bisschen was. Wenn du sowieso nicht schreiben kannst. Kannst mich mal. Na, nur ein paar kleine Sachen. Komm doch. Na ja, weil du es bist. Sie müssen uns versprechen, bald wieder unser Gast zu sein. Ja, danke. Wiedersehen. Wie ist Fräulein Heimlein? Heimlein. Ach, jetzt war es. Gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Nein, ich sitze lieber hinten. Der Chef hat heute Morgen lange mit mir geredet über Sie und Grabowski. Er hat mir das alles erzählt, das mit der Zusammenlegung und so weiter. Ich habe natürlich so getan, als wenn ich das noch nicht wüsste. Ich habe ihn einfach dumm gefragt, wen er denn behalten will. Sie oder Grabowski. Ja und? Er weiß noch nicht. Zuerst hat er ja Grabowski im Auge. Er hat ihn ja auch für den Kursus angemeldet. Das habe ich aber extra nicht angetippt. Ihre Verbesserungsvorschläge, die haben ihm gefallen. Das hat ihm imponiert. Meinen Sie? Mhm. Da vorne wohne ich. Da an dem hellen Haus. Ja. Was ich Ihnen jetzt sage, das muss aber ganz unter uns bleiben, Herr Bach. Er will jetzt Ihnen und Grabowski irgendeinen schwierigen Fall geben, den Sie bearbeiten sollen. Jeder so schnell wie möglich. Damit will er Sie testen. Hier, da hätte ich ganz gern von Ihnen gewusst, wie wir uns da Ihrer Meinung nach verhalten sollten. Die Sache ist dringend. Gut. Und noch etwas, Herr Bach. Das soll unter uns bleiben. Aus bestimmten Gründen. Bringen Sie es mir sofort wieder runter, wenn Sie fertig sind. Wie sehen Sie denn aus? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kriege die Grippe. Ich habe Fieber. Gehen Sie mal besser nach Hause und legen Sie sich hin. Da, Herr Doktor. Da, Frau Langheinlein. Da. Hier ist die Akte wieder. Ich bin damit fertig. Oh, schon. Das war ja ziemlich knifflig, Herr Doktor. Aber Sie haben ja gesagt, es sei dringend. Ich bin auf Ihr Ergebnis gespannt. Leider habe ich heute keine Zeit. Ich lasse Sie dann später rufen. Frau Langheinlein, Sie wissen ja Bescheid mit der Akte. Wollen wir essen gehen? Schon nach zwölf? Gut. Ich bringe das nur vorher noch schnell bei. Grabowski-Fopper. Mahlzeit. Ich hole eben meinen Mantel. Mahlzeit. Ist Herr Grabowski nicht da? Er hat Kundentermine. Er hat Kundentermine. Mahlzeit. 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 Geht's Ihnen besser? Ich glaube, ich muss doch ins Bett. Na dann, gute Besserung. Danke. Einen H Jackie. Keine H Wickensper-Îre. Bitte nicht passt. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Morgen. Vielen Dank. Ja, bis Dienstag. Wieso? Ich hab Montag auch noch frei. Ach so. Und dann schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Wiedersehen. Okay. Ist der Chef schon da? Noch nicht. Wie geht's? Oh, geht halt so. Aha, gut. Nee, eigentlich nicht. Na ja, fangen wir die Woche mal wieder an. Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Haben Sie vielleicht heute Morgen ein paar Minuten Zeit? Die Sache von neulich, in der ich Ihnen vortragen sollte. Ich hab sowas gern hinter mich gebracht. Unerledigte Arbeit macht mich nervös. Natürlich. Kommen Sie rein. Ich hätte Sie heute sowieso rufen lassen. Moment noch. Setzen Sie sich doch. Wo ist denn die Akte? Die hat Karpowski genommen. Die hat er immer noch. Wann haben Sie sie ihm denn raufgegeben? Dienstag. Was? Das ist Montag. Geben Sie ihn ja mal. Er hat Freiholde. Dann holen Sie die Akte runter und sehen Sie mal nach. Auch vielleicht Notizen dabei liegen. Wenn er sie mich jetzt immer noch nicht durch hat, dann soll das lassen. Ist gut. Freund Heinlein, holt mir eben noch die Akte. Die brauchen wir ja. Ja. Dann. Ja. 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 So. Hier ist sie. Nichts drin. Es lag auch nichts auf dem Schreibtisch. Und er hat die ganze Zeit nichts von sich hören lassen? Nein. Na, was denkt er sich eigentlich? Ja, steht's doch groß drauf. Eilt für Dr. Sauerwein. Sind Sie ganz sicher, dass er Sie am Dienstag bekommen hat? Ich habe Sie jedenfalls vollen Schreifvogel gegeben, und zwar am Dienstag kurz vor Mittag. Ja, hat die Sie ihm denn gleich auf den Tisch gelegt? Das weiß ich doch nicht. Fragen Sie sie doch bitte mal. Sie ist krank. Hat sie Telefon? Na, sehen Sie mal nach. Sie hat 536-03. 536-03. Naja, jetzt haben Sie es ja sowieso mitgekriegt. Dann kann ich es Ihnen auch sagen. Sie und Grabowski hatten die gleiche Sache zu bearbeiten. Sie verstehen, ich muss ja irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Sie hat es ihm gleich am Dienstag hingelegt. Also gut. Dann ist die Sache für mich erledigt. Und, äh, was ich Ihnen eben gesagt habe, das vergessen Sie natürlich, lieber Bach. Und Grabowski braucht das auch nicht zu erfahren. Ja, also weiter im Text kommen Sie. Ich denke, wir haben uns verstanden, meine Damen und Herren. Noch irgendwelche Fragen? Gut. Dann, äh, ach, wo wir gerade hier beisammen sind. Herr Grabowski wird uns verlassen. Auf eigenen Wunsch. In Zukunft, das heißt, ab sofort, offiziell ab nächster Woche, wird es bei uns nur noch eine Kontenstelle geben. Vertreter und Kundenkonten wird zentral erfasst. Herr Bach. Ich würde das übernehmen. Ich brauche Ihnen hier nicht vorzustellen. Sie kennen ihn ja alle. Ich brauche Ihnen hier. 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 Ich brauche Ihnen hier.